Wir sind gespannt. Jetzt gibt es eine Premiere. Constanze Klosterhalfen an der Torwand. Sie hat gerade schon gesagt, das ist für heute die größte Herausforderung. Schlimmer als die 5000 m zu laufen. Haben Sie schon mal Fußball gespielt? Ich habe früher gezwungenermaßen mit meinen Brüdern gespielt. Aber es fällt schon was her. Die Brüder gucken jetzt bestimmt zu. Sie haben keinen Gegner. In der Sommerpause haben wir ohne Torwandkandidaten. Aber Sie sind auch heute Ihr eigenes Rennen gelaufen. Constanze Klosterhalfen mit unserer Unterstützung. Drei unten erst. Drei unten und dann drei oben. Das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus. Ich glaube, Ihre Brüder werden stolz sein. Ich glaube, Ihre Brüder werden stolz sein. Ich glaube, Ihre Brüder werden stolz sein. Zwei oben. Noch zwei. Drwei. Sie nähern sich an. Und einer noch. Wir sind gespannt auf weitere Bestmarken und vor allem auf die Weltmeisterschaft in Doha Ende September. Wir sind gespannt auf die Weltmeisterschaft in Doha Ende September. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die weitere Zukunft und sind gespannt auf weitere Bestmarken. Und vor allem natürlich auf die Weltmeisterschaft in Doha Ende September. Wir werden zuschauen. Konstanze Klosterhafen, schön, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für den Besuch.